Wir sind gut zu gehen. Wir sind gut zu gehen. Ich glaube du wachst eh was ich kaufe oder? Ich will mir auch helfen. Fürs Feeling. Ein Event, dass da einer piekt. Unsere Angst. Den Schuss nimm. Schill. Lange Deckung. Oh Gott. Bombe down. Ich hab Schalk grad neck ja? Ah ok. Ich hab grad die Glocke geholt vor der Nase. Ich hab das von dem anderen. Hm. Ja jetzt kann man wieder Mastral hineinwerfen. Eigentlich muss man die K2000 einmal wieder einstellen. Ich glaub so viel Schuss hast du gar nicht mit der Amir. Komm mal. Komm mal. Viel viel mehr. Viel mehr. Ist quasi die CT ich glaub. Grenade out. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Ich hab gesmockt oder sie? Ich hab gesmockt. Damit ich auf die andere Seite komm. Ich stand da hinter mit einer Diegel. Ich hab jetzt ja bescheid wissen. Hopp. Haha. Vielleicht noch Full Distance haben. Oh der ist wirklich da. Oh der hat da einen Mac 10. Der steht dort vorne am Eck. Das ist close. Eieiei! Eieieiei! Er watschelt aber auch durchs Wasser wie ein Entle. Wahnsinnig. 2 Bags, 1 Bags, 2 Bags, 1 Bags, 2 Bags, 1 Bags. Get ready, this is a free fire zone. Fire in the hole one. Smoke! Oh, er kam. Nice. Oh, fuck! Do it then. Oh, fuck! Danke! Ich bin einfach durchs Smoke, was der Klo. Eie, bis jetzt. Eie, bis jetzt. Mach mal die Arme probieren. Weiß schon, oder? Oh, fuck! Jaaaa! Der ist dort immer in einem Burn, den. The fuck? Andere, der Diegelkette muss, verstehe. Ich sehe sie nicht. Ich habe schon, glaube ich, sogar Sepp gehört. Ah, na. Jaaaa! Jaaaa! Immerhin mit der Diegler wie reich geht. Oh, recht! Jaaaa! Ah, er kam auf die Zeit. Jaaa! Jaaaa! Jaaaa! Jaaa! Jaaa! Haaa! Jaaa! Ja. Ja. Ja, bin ich da im Werk stand, aber noch nade in dem Fall. Ein bisschen. Nein. Nein, nein. Jetzt bitte kein Nade werfen. Ja, das ist noch weh. Jetzt sind wir wieder voll in den Tosen, oder? Oh, fuck, ich bin zu blind. Ja, beide sind sie dort da. Ich komme wieder zurück. Und die zweite war dort. Ich habe aber auf rechts schon gesehen, da kann ein Short kommen langsam. Ja. 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 Ich muss schnell Windeln wechseln von Luther Hose. Angst. Ja. 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 Am Start? Oh ja, Gott. Keine Zeit, das Thema. Oh, du hast schon P250 weggeworfen, die nehme ich natürlich gern. Ja. Boah, beide den, beide den. Oh, Arsch, sorry. Ne, ich habe P250 weggeworfen. Ah, nein, habe ich kein Geld, sorry. Ja, das ist gut, das ist gut. Oh, Arsch, sorry. Ne, ich habe P250 weggeworfen. Warte, du droppst da nicht. Oh, die sind schon da. Ich bin tot. Meine Nade ist viel Speichu. Die haben sich so halt die ganze Zeit lang. Oh, der war gar nicht im Short. Warum hast du gesehen, der war Short? Die sind immer falsch. Nimm die Beine in die Hand. Oh, der ist schon da. Oh, schau. Nehmen wir mal. Der war zwar schon hinter der Säule. Ja, der hat er durch die Säule quasi gekriegt. Nächster Clip, den wir hochladen können. Nächster Clip, den wir hochladen können. Auf Kosten für einen Saftweg, oder? Ja, ja, ja. Ich gehe jetzt Short und Börner mal Barrels. Weil die zwei Runden immer nicht. Wir waren aber schnell da, muss man sagen. Die eine Runde. Die eine Runde ist jetzt. Ja, Schöner. Oh, am Ende vom Monster war er. Aber meine Waffe geht natürlich nicht so hin wie sie nicht. Ich hoffe, da die... Ah, nein. Puschen da sogar rein. Puschen da sogar rein. Mach mal einen Tausch, du hast noch volles HP. Ja, gut. Gut, dass man die Diegel-Loot auch nicht wirfst, oder? Schade. Naja, ich wollte sie da runterwerfen. Sie haben halt das Zeug wieder da... ...rumm gepätschelt und das Zeug. Äh. Ich habe noch 6 HP, aber... ... dann hätte ich abgeführt. Smoker mal eine Quelle. Ah, warte noch. Smoker... Ist da... Ist da eine komplette Scheisse? Ja, äh. Er ist hinter der Säule, hinter der Säule. Ah, ich habe nix. Ja, na. Machen wir das schlecht. Wir wollten gerne da bespringen. Ich hab's nur verkackt. Hm... Machen wir nochmal der Ico. Machen wir da. Eigentlich nur den da kriegen. Ah, ist schon da und duckt sich unter dem Hedger durch. Ein Klassiker. Wach? Wach da. Wach da. Wach da ist auf Fuchsstelle. Wach! 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 Wir fischen da vorne und rennen durch. Ich mach Feuerwehr. Okay, oder mehr? Ah, er ist hinter der Smoke. Da sind zwei Smokes gelegen und ich bin genau in die zweite Linie gelaufen. Ja, ich hab meine Smoke auch nicht geworfen und sie spickt natürlich 500 Meter auf. Vielleicht. Ja. Ah, na. Ich geh mal auf die Seite. Warte, warte, warte mal. Warte, warte mal. Warte, warte mal. Warte, warte mal. Warte mal, wenn der auch noch irgendeine Waffe hätte für mich. Dann ist es nur die. Ja, er gibt mir einen. Ja, ja. Klar. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. War's meiner, glaube ich. Den Gang. Ins H.R.D. Nein. Warte mal. Der ist in die Glea wieder König. Die waren noch nicht gut. Ja. Die sind trotzdem die Glea wieder. Jetzt verstehe ich nicht, wie man das Matchmaking machen kann. Let's show them who we are. Let's show them who we are. Ja, jetzt machen wir uns noch eine gute Strategie für T-Seite überlegen, wenn wir die zwei Dutschen kennen. Ja, so langsam wie vorher, da war eh besser. Mit einem Rushen. Ich bin beide dort. Kann der mal sterben, oder? Das gibt's ja nicht. Ja, natürlich gibt der Miner-Hedge. Ich würde jetzt gerne wissen, wie viele ich da nicht gegeben habe. 54 und 17. Da war die Nate. Was hat die Nate blockiert? Manche Sachen musst du schon nicht verstehen, ja. In irgendein Metall-Splitter, der die Nate blockiert. Oh, Cack. Oh, der ist schon da. Nice, nice. Nadine peek. Naja, Nadine peek. Naja, Nadine peek. Naja, Nadine peek. Oh, Sharon. Oh, AK. Flicks noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben ihn getroffen, oder? Der gibt mir einen Header im Durchrennen. Ich bin verstorben. Oh, das ist ja. Event mich. Ich muss noch mal eine zweite. Oh, danke. Wenn er 14 HP dann so weifelt. Wir kommen lang, beide. Pfff. Und Spotcher. Ah ja, okay. Nevermind. Reden wir nicht drüber. Gut. Ja, ja. Er ist schon wieder durch. Ding noch. Ach komm, wie? So richtig, die haben nicht geschehen. Ich glaub's ja nicht. Die Rushen da vorgehen. Ja, ja. Okay. Es ist, es ist uns. Und dann. Ich hab auch die gangen. Ich bin schon wieder da. Ja, er ist doch. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Nice Der klassische AVP, no kid Ja genau Ich habe einen Lerner mit dem Lerner Ja Oder Marcy, nicht mehr Ja, was schon ah kommen lang, beide lang Ah, er hat sie ja bei AWP gehofft. Ah ja, und er trifft natürlich auch alles. Und wo hast du jetzt auch nicht geshotten, weil er ist total weit rausgestanden. Nein, ich habe mich geduckt hinter der Box. Ah, glitched out. Lang. Monster. Ich habe eine lange Range. Ah, ich habe Downrein gekriegt vorher. Ah ja? Ja, rachsel du. Jetzt spielen wir so langsam wie sie einfach. Du hast mit Schrankungen gemacht. Ja, ja. Oh, Pistler. Nicht auf lange Distanz, aber nachher. Nicht so viel Lärm machen, ja. Da sind beide Monster. Ja. Ah, okay. Jetzt kommen wir wieder. Schön. Na, was? Na, der hat nicht einmal mehr Moni gehabt. Nee. Eekor und... Na, natürlich. Ja, natürlich. MP9, volle Distanz natürlich, schön, kann ich überlaufen. Ja. Nice. Nice. We must defeat them. Ich habe auch einen Troffer dort aufgelassen. Auf dem. Ja. Dann Barrels. Ja, du hast es. Das ist Barrels, ja, der ist dort. Ist jetzt Water gegangen. Hat die bei Water. Ah, nice. Ich habe keine Schwarz. Ich habe keine Schwarz. Ah, natürlich. Weisst du die Flasche gerade? Ja. Okay, die hat nämlich voll hier. Ah, er ist immer noch rechts von dir gleich geschlossen. Also die hat einen voll blind, ja? Ja. Aber nicht der, wo du da gerade aufgeschlossen hast. Es sind die anderen, die gerade... Ja ja, der andere, wo du auch nicht geschlossen hast. Du musst eigentlich da immer zu deinem Pfosch, nimmt mit wie circa die Flasche anwerfen. Die dürften jetzt eigentlich kein Geld haben. Oder ziemlich wenig. Ja, ja. Er ist da bei mir. Okay. Ah, die Flasche wieder. Die Flasche, eine Kacke. G. Das können sie machen. Das ist mit der Hand. Lady is connected, dann. Ja, ja. Oh, uprank. Danke für keinen uprank.